ja leute servus zu euch der chat da sind wir eingestanden herzlich willkommen zu eurkauf bei wurs und heute machen ein bisschen anderes video heute machen eine room tour im weihnachtslook rein weihnachtslook ein bisschen und ja viel spaß ja leute wir kommen nun hinein hier wird dann der chat und so sein hier seht ihr die neue kamera wir können aber der rangehen so sieht sie aus und so wird sie dann hier auch auf dem stativ stehen so hier sieht man bei der leifahrt und hier in der ecke ist es dann hier da wird dann die weekend league bilanz sein und ja ja leute ich hoffe dass man dann auch wenn ich streame ich werde das bild dann auch ein bisschen größer wird beim stream dass man auch die weekend league bilanz sehen kann sonst muss ich mir noch mal was einfallen dann nicht mehr wollte ich von dieser room tour eigentlich nicht zeigen streams werden erst nachdem nach Weihnachten das wieder kommt weil mir geht es so lange nicht so gut und ja aber auch wie momentan keine lust richtig zu zocken und ja aber nach Weihnachten geht es dann auf alle fälle weiter mit den streams mehr zu diesem video weil ich heute gar nichts sagen außer nicht vergessen dann nach oben geben wärst du dich getan abo und ja hau rein und ciao und ich denke mal am freitag wird dann nächste woche das letzte duel noch fifa an der xbox 360 und dann kommt das habe ich noch vergessen hochzuladen aber nächste woche freitag wird dann kommt hau rein und ciao hau 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 hau